Ja, herzlich willkommen beim Adventskalender der Stadtbücherei. Mein Name ist Michael Volk, ich bin Chefdramaturg am Staatstheater Kassel und ich möchte Ihnen kein belletristisches Buch heute empfehlen, sondern ein Sachbuch, was auch nicht unbedingt nur gute Laune macht, sondern durchaus auch ein Problembewusstsein sozusagen erzeugt. Und zwar ist es ein Buch eines französischen Philosophen. Ich zeige es hier mal. Bruno Latour, das terrestrische Manifest. Latour unternimmt nichts weniger als den Versuch, die politische Landschaft neu zu vermessen, indem er sehr verschiedene Phänomene versucht zusammenzudenken, nämlich zum einen die Klimakatastrophe und die Umweltzerstörung, die Migrationskrise und gleichzeitig, und das ist eben besonders aufregend, gleichzeitig eben auch die Schere zwischen Arm und Reich, die Abschottung einer überreichen und sehr, sehr reichen Elite von dem Rest der Welt. Und er wirft die brisante Frage auf, vielleicht hat ja Donald Trump sogar recht gehabt, als er sagte, die Umweltkatastrophe oder die Klimakatastrophe würde uns nicht betreffen. Wir hätten vielleicht nur nicht ganz verstanden, wen er mit uns meinte. Mit uns meint er nämlich womöglich eine schwerreiche Oberschicht, der es in der Tat keine Probleme bereiten wird, sich noch weiter abzuschotten, als sie es jetzt sowieso schon tun in Gated Communities. Und diese verschiedenen Gedanken versucht, Latour eben in seinem Buch zusammenzudenken und zusammenzubringen. Das finde ich einen ziemlich inspirierenden Zugang zu einer Problematik, die uns die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich beschäftigen wird. Und am Schluss steht eben die Frage, ja, es ist eben vielleicht doch hauptsächlich die bewohnbare Erde, die knapp wird und die Teilung dieser bewohnbaren Erde wird immer komplizierter, wenn sich denn eine Elite da vollkommen abschottet und deswegen an den Entscheidungsprozessen eben so mitwirkt, dass es sie am Ende ja sowieso nicht betrifft. Das wäre mein Tipp für die Weihnachtstage. Man kann dazwischen dann ja auch mal was Schönes und literarisch Kostbares lesen. Da gab es ja auch genug Anregungen schon und deswegen vielleicht heute von mir dieses etwas düstere Buch Bruno Latour, das terrestrische Manifest. Dankeschön und schöne Tage, schöne Zeit. Dankeschön und schöne Zeit.